Also wenn ich jemanden erklären müsste, der Bauer noch nie gehört hat, würde ich sagen... Bauermaschinen, das sind die, die diese großen gelben Maschinen bauen, die dann ganz tief in die Erde bohren. Man sieht sie halt auf großen Baustellen im Einsatz auf der ganzen Welt. Bauermaschinen bieten technische Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben im Spezial-Tiefbau an. Bei unseren Geräten, da steckt einfach noch ganz viel Maschinenbauhandwerk drin. Was sie stemmen und was sie bewegen, das ist schon wirklich sehr faszinierend. We have all these different tools for our customers so that they can be successful at their job site. Das Konzept der Geräte, wirklich von den ersten Ideen bis zur Endmontage, entsteht vollständig bei uns im Haus. Unsere Geräte nehmen zum Teil mehrere tausend Arbeitsstunden in Anspruch und es ist jedes Mal beeindruckend, wenn so ein Unikat dann fertig ist und das Werksgelände verlässt. Was macht Bauer Produkte so unique to me as a person and as a business is, we're selling the market leading equipment in the Deep Foundation Sector and I think that's fantastic. Für mich ist es einzigartig, dass wir mit unseren Produkten nie stehen bleiben und sie immer weiterentwickeln. Und ich dazu beitragen kann, dass ich mit meinem Steuerungsprogramm diese Geräte zum Leben erwecke. Dass wir immer wieder innovative Patente und coole Ideen haben. Die Firma ist immer am Puls der Zeit. Am meisten fasziniert mich momentan unsere ebige 33H All-Elektrik. It also stands for pushing limits all the time, you know, going deeper and wider and finding new ways to do it. Denkt man jetzt an Offshore-Anwendungen oder Untertage-Anwendungen, das wird hier alles gemacht und das ist für mich halt auf dem Level ziemlich einzigartig. Uns zeichnet aus, dass wir den Kunden immer im Mittelpunkt stellen. Und unsere Produkte sind meist individuell auf unsere Kunden zugeschnitten. Der Service beim Bauer ist einzigartig, weil wir oft unmögliche Sachen möglich machen. Bei uns kriegt der Kunde alles aus einer Hand, von dem großen Drehbohrgerät bis zur digitalen Lösung. Was es natürlich wirklich ausmacht, ist ein tolles Team, tolle Kollegen, mit denen es wirklich Spaß macht zusammenzuarbeiten. Das ist das, was mir da Spaß macht beim Bauer. Hau da wieder mal raus hier, gell? Dann schreibt man halt das einfach zusammen. Easy. Kann ich auch sagen, ich bin ein großer Fan. Bauer muss man erleben. Bauer muss man erleben. Bauer Maschinen für mich in drei Worten. Powerful. Innovativ. Teamwork. Das ist cool hier. Familiär. Technologie. Professionell. Heimat. Kundenorientiert. Bewerber. So many things I like about my work. BMA is great. It's wonderful. Every day is a new challenge. Power Maschinen. Was andere nicht schafft, schafft er nur die Power Maschinen. Ich bin notwendig. Ich bin notwendig. Die Sch zig-Wi cultures. Sch¡Wi, ich bin vorbereitet,cado. imdi slow, neue ro éléments der Rai.